Wir machen die autonkische Essen. Ich muss erst mal dachten, das ist alles handgemacht. Hallo Leute! Wir gehen jetzt zu einem chinesischen Restaurant, oder eher so in der Inves. Das ist mein Lieblingsnudel-Inves in ganzem Frankfurt. Ich habe den Laden schon 5000 Mal anderen Leute empfohlen. Und auch von anderen habe ich auch nie Negatives gehört. Deswegen gehen wir heute zusammen hin. Und ja, ich zeig euch nochmal, was wir so alles haben. Hier sind wir schon. Da sind wir. Hallo! Hallo! So, hier hauptsächlich nur Nudeln. Und natürlich immer zu empfehlen sind die Chung-Ching-Shao-Mien. Und Dandamien sind immer ganz lecker. Was ich aber tatsächlich am liebsten mag, ist dieser warme Nudelsalat. Und das finde ich auch sehr geil. Das ist mit so einer eingelegten Bohnen. Oh ja, die Vantans, die sind auch immer sehr gut. Die machen wir selber. Und hier sind noch so ein paar Vorspeisen. Mungobohnen-Jelly soll man vorsichtig sein, das ist sehr scharf. Aber der Gurkensalat ist immer ganz geil. Letztens habe ich auch eine Entenzunge gegessen. War auch lecker, aber Felix war nicht so ganz überzeugt davon. Das ist irgendwie sehr viel Aufwand für sehr wenig Fleisch. Das ist gar nicht aufwendig. Das ist nur wenig Fleisch. Wollen wir das hier als Vorspeise? Ja, will ich heute. Okay, gut. Heute habe ich richtig Kopf drauf. Zünderbauch, zünderbauch. 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 Okay, dann nehmen wir ein bisschen Wasser. Ich brauche ein... Haujangdoumien. Ich nehme normalen Eistee und Dandamien. Dandamien. Okay. Danke. Danke. Die Leute sind immer so nett. Und ja, also das Geist ist wirklich auch ein Chili von denen. Es wird saulecker. Haujangdoumien. Ein bisschen Chinesisch kann ich aber wirklich nur ganz wenig. Bier könnte ich vielleicht bestellen sonst. Das Wichtigste. Ja. Wir haben die Laden 2019, August, übergenommen. Danke. Wo haben wir den Laden entdeckt? 2020. Sehr alte Stammkunde. Ja, wirklich. Ich wollte was Neues, was ich kenne. Nicht immer abhängen von der anderen Seite. Müde. Ja. Ich habe noch nie das Gefühl, weil wir mit dem Kreis haben. Wir haben uns zusammengefasst. Aber in der letzten Woche gab es eine Messe. Auch wegen der jungen Leute, wegen dem Konzert von Offenbach. Ah, da war dieses Hip-Hop-Ding. Ja, 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 ja. Ah, ich habe auch die Konzert von Offenbach gesehen. Viele junge Leute von Stuttgart, Regensburg. Ja. Da bei uns besuchen. Oh, gut. 55. Scheiße. Kadziatan. 35. dry Aut Des forestilles. Aber wir Abend essen inเบ enhancement. Aufmêmehör���kat. Ich habe schon von all die FSH manos abgesucht. Also meinecumacen waren. Ich habe ja k atraviesエユber miser. Ich glaube, schwer bei לה hören. Ich habe das Problems nicht immer auf, die des Kunden sein. Und wenn Sie to unsere Kundenvenidos los, sie 좋아하는 einenides mit einem entfernen. Wir waren ja auch extra 2019 nicht da und dachten, wir können 2020 wieder fahren. Ja, wir sind schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Ich bin schon wieder. Danke, danke, danke. Das ist meins. Mit diesem Hohnen. Machen und Samad. Da ist ja kein Chili drauf bei dir. Was? Da ist ja kein Chili drauf bei dir. Oh ja, Chili Chili. Was ist das nochmal? Ich muss erstmal Dunklen essen. Das ist alles handgemacht. Das ist auf jeden Fall Fleischfüllo. Also Schweinefleisch, glaube ich. Oh, lecker. Oh, es ist eine Schumpfs drin. Die Füllung ist richtig groß. Das ist wirklich mega lecker. Genau. Ich habe schon ordentlich Chili draufgeklatscht, deswegen schon ein bisschen scharf. Also für Leute, die kein Chili essen können, ist es vielleicht schon sehr scharf. Aber. Und was ich wirklich sehr schön finde an den Karten, dass sie nicht so ein extra Ding für Deutsche machen. Ich kann es verstehen. Aber ich kann es gleichzeitig auch nicht verstehen. So schrecklich sind ja chinesische Essen auch wiederum nicht. Daher. Ich würde auch sagen, das ist das authentische chinesische Restaurant in Frankfurt, wo die meisten nicht Chinesen benutzen. Alles in der Verkauf. Alles lecker, die Potsch. Und den Leuten ist das nicht so schön. Ich habe viele Leute, die Leute sind immer noch nicht geschehen. Das ist richtig. Lovitz ist der Schleimler. Sie sind der Schleimler. Ja, ich bin der Schleimler. Ich bin der Schleimler. Ich bin der Schleimler. Ja, ich bin der Schleimler. Das ist die Schleimler. Ich glaube, dass das ist die Schleimler. Die Schleimler ist das Schleimler. Die Schleimler sind ja so gut. Ich habe noch einen schönen Tag. Ja, ja, ja. Ich habe die Mein Wiener ist ein bisschen geworden. Das ist ja schon so schön. 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 Ich finde, das ist auch sehr sweet. Das ist ein paar Leute, die ich selbst. Es ist der Gewinn. Das ist der Gewinn. Ja, das ist so, dass man Lachjau in der Pfanne aufbauen kann, dann kann man ein bisschen füllen. Du denkst, dass wir Lachjaukuchen nicht gut sind? Ich glaube, es ist nicht gut. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist gut. Es ist gut. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf Dialekt reden kann. Das ist richtig cool. Ich habe ihm gerade auch gesagt, ich finde es auch voll schön, dass ihr nicht so eine zweite Karte habt für Deutsche. Nein. Wir machen die authentischen Essen. Ich sage, so viele Deutsche in Frankfurt. Wir können nicht alle Deutsche anziehen. Weil ich sage, wir machen nur bestimmte Gruppen. Wir haben nur so Kapazität in so viele Plätze. Wir lieben, dass unsere Kunden zufrieden sind. Unsere Essen meistens mit dem Chili. Nicht viele Leute wollen das, wollten Chili essen. Aber ich finde, wenn die Leute es schaffen können, dann irgendwann vermisst sie das. Ja. Das ist richtig, oder? Alles nur noch mit Lachjaukuchen zu Hause. Ich habe immer noch mit Lachjaukuchen zu Hause. Ich habe immer mit Lachjaukuchen, ich habe immer mit Lachjaukuchen, ich habe immer mit Lachjaukuchen. Ich habe immer mit Lachjaukuchen. Ich habe immer mit Lachjaukuchen. Ich habe immer mit Lachj Sahle gekent haben. Das hatteoo Lam guessing? Das ist toll. Ich hab immer mit Lachjaukuchen. Ich habe immer mit Lachjaukuchen, weil der gross Gutes hängt diesen Bauen, dass es Courte oddecken und neue conductivity ist. Dichtbar 1995 Mal vorbei. Das war derasion.